Hallo liebe Astrofreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im April 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Im April stehen feste Beziehungen hoch im Kurs. Wenn wir wissen, wo wir hingehören, werden wir uns wohlfühlen und schöne erotische Momente erleben. Es gibt aber auch kritische Konstellationen, vor allem für diejenigen, die sich auf einen heißen neuen Flirt eingelassen haben oder gerne experimentieren möchten. Wenn ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. In meiner Verlosung gibt es diesmal wie versprochen ein Sternzeichen-Kollier zu gewinnen, so wie ich das hier trage mit dem Steinbock. Ihr könnt euch euer Kollier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Einzelheiten zur Verlosung erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran und die Gewinnerin oder den Gewinner gebe ich in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt. Meine Gewinnerin bei der Verlosung vom März nennt sich Dreamy Night. Hat so ein ganz süßes Bild mit einem puschligen weißen Hund, der aussieht wie mein Hund. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Du bekommst ein Jahreshoroskop-Buch von mir zugeschickt. Unten eingeblendet siehst du meine E-Mail-Adresse und die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Bitte melde dich bei mir, damit ich dir das Buch zuschicken kann. Natürlich mit persönlicher Widmung. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen im April an. Es kündigt sich ein wichtiges kosmisches Ereignis an. Heiler Planet Chiron wird das Zeichen wechseln. Chiron geht also am 17. April in den Widder, direkt im Anschluss an den Neumond im Widder. Das ist ein ganz besonderes kosmisches Zeichen für einen Übergang in ein neues Zeitalter der Heilung und der Erkenntnis, wie verletzlich wir als Menschheit zusammen mit unserem Planeten sind. Schaut euch dazu mein zweiteiliges Chiron-Special an. Der erste Teil, Entdecke deinen inneren Heiler, ist jetzt online. Wichtig sind auch die Positionen von Saturn und Pluto, denn sie werden diesen Monat rückläufig und sind dadurch besonders exponiert. Dadurch rücken die Themen Macht und Kontrolle in den Vordergrund und das kann sich auf unsere persönlichen Beziehungen auch auswirken. Da komme ich aber gleich noch zu. Wie die übrigen langsam laufenden Planeten stehen und was das bedeutet, das könnt ihr euch nochmal im Jahreshoroskop Teil 1 anschauen oder in meinem Buch nachschlagen. Der Monat beginnt mit dem Ostersonntag am 1. April noch unter dem Einfluss des spannungsgeladenen Vollmonds vom Tag zuvor. Bitte schaut euch doch dazu auch nochmal die Videos vom März an. Ich hoffe, es gelingt euch über Ostern nicht in Familienstreitigkeiten hinein zu geraten, sondern die kosmische Energie durch positive Aktivitäten zu kanalisieren. Die Sonne und der rückläufige Merkur stehen also im Widder und ebenso wie der Uranus hier und das Ganze in Entspannung zu Saturn und Mars im Steinbock. Das heißt, wir haben um den Monatswechsel herum häufiger das Gefühl, gleichzeitig auf der Bremse zu stehen und Gas zu geben. Wie gut, dass die meisten in den Osterferien sind. Nehmt euch für diese freie Zeit nicht zu viel vor, vor allen Dingen nicht mehrere Sachen gleichzeitig und ärgert euch nicht, wenn Unternehmungen nicht so laufen wie geplant. Günstig ist, dass die Sonne und der Merkur hier positiv zum Mondknoten stehen. Das heißt, Singles können ganz überraschend einen netten Menschen treffen, wenn sie gar nicht damit rechnen. Aber weil der Merkur noch bis zum 15. April rückläufig ist, sollte man neue Begegnungen erstmal mit Vorsicht genießen. Jetzt aber zur guten Nachricht. Liebesgöttin Venus ist ins Zeichen Stier gewechselt, wo sie bis zum 24. April bleibt und positive, starke Kräfte für die Liebe entfaltet. Das ist ein kosmisches Zeichen dafür, dass stabile Beziehungen und konservative Werte hoch im Kurs stehen. Wenn ihr wisst, was ihr an eurem Schatz habt, wunderbar. Für Singles ergeben sich durchaus viele interessante Flirtchancen, aber es wird schwierig, jemanden zu finden, der wirklich passt. Wenn ihr auf der Suche seid, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht an den Falschen geratet. Es besteht eine Neigung, sich an der Aufregung und Intensität, die ein Abenteuer verspricht, zu orientieren und nicht so sehr an den Gemeinsamkeiten. Und gegen Ende des Monats könnte sich herausstellen, dass euer Gegenüber ein paar dunkle Geheimnisse und Schattenseiten hat, denen ihr euch vielleicht nicht gewachsen fühlt. Vorher haben wir aber noch eine sehr angenehme Phase, die beginnt am 5. April und geht bis zum 18. April. Diese Zeit solltet ihr euch im Kalender anstreichen. Da wird nämlich die Venus harmonische Aspekte zu den Planetenkonstellationen im Steinbock bilden. Und vor allem laufen Venus und Mars dann in Harmonie miteinander und das entschädigt für allen Ärger. Es setzt auch schöpferische und erotische Kräfte frei und wir können entweder der Liebe dienen oder kreativ manifestieren. Außerdem finden wir praktische Lösungen für bestehende Probleme. Auch finanziell ist das eine super Phase, zumal währenddessen auch der Merkur wieder direktläufig wird und zwar am 15. April. Wenn es also Verträge zu unterschreiben gibt, könnt ihr das ab dem 16. getrost tun. Am Montag, den 16. April morgens um 4 Uhr ist dann auch der Neumond, der eine ganz wichtige Wende anzeigt, eine starke Erneuerungsenergie und den Durchbruch, falls man bis dahin noch in irgendeiner Sache feststeckte. Und am 17. geht dann der Chiron ins Zeichen wieder, nachdem er vorher sieben Jahre lang durch die Fische gelaufen ist. Das alles sind kosmische Zeichen dafür, dass wir die Chance auf eine große Transformation haben. Wir sollten die Neumond-Meditation nutzen, um uns bewusst für die Kräfte der Transformation zu öffnen und uns zu fragen, was können wir tun? Wie können wir der kosmischen Energie dienen, damit sie ihren erneuernden und heilenden Einfluss ausüben kann? Welche wichtigen neuen Projekte können wir auf den Weg bringen? Wo können wir neue Impulse setzen? Das gelingt uns besonders, wenn wir gewohnte Denkmuster verlassen und uns für neue Denkansätze öffnen. Wenn wir gesundheitliche Probleme haben, können wir hier ebenfalls einen Durchbruch erzielen. Was die Liebe angeht, steigen mit diesem Neumond die Aufregung und der Wunsch, sich neu zu verlieben oder ein außergewöhnliches Abenteuer zu erleben. Das betrifft natürlich vor allem diejenigen, die auf der Suche sind oder die in ihrer Beziehung unzufrieden sind. Wer glücklich liiert ist, dürfte diese Unruhe nicht so stark empfinden. Wer sich aber auf etwas Neues einlassen will oder bereits eine Affäre begonnen hat, der oder die muss ein bisschen vorsichtig sein. Am 18. April wird Saturn rückläufig und am 22. dann auch Pluto. Dazwischen am 20. April um 5.12 Uhr morgens tritt die Sonne ein ins Zeichen des sinnlichen Stiers. Das ist die Zeit, wo die Frühlingsgefühle blühen und gedeihen und wir Lust auf kuschelige Stunden zu zweit haben oder eben auch einen neuen Flirt und eine neue Liebe anzufangen. Am 24. April abends geht die Venus in die Zwillinge. Das ist eine verspielte und sehr flirtfreudige Energie. Dann haben wir die sinnliche Stiersonne und die verspielte Venus in den Zwillingen, die unbekümmert ausprobieren und experimentieren möchte. Trotzdem sollten alle, die nicht in einer sicheren Beziehung sind, beim Flirten ein bisschen aufpassen. Ich habe es ja schon erwähnt, durch die Konstellationen, die Rückläufigkeiten von Saturn und Pluto, werden die Themen Macht und Kontrolle stark betont. Außerdem sind ja auch Mars und Lilith an der Konstellation beteiligt. Das sind alles kosmische Zeichen dafür, dass man in eine erotische Verstrickung hineingeraten kann, bei der es um Macht und Unterwerfung geht. Das ist ein echt fesselnder Aspekt und wer Spaß an erotischen Fesselspielen hat, dürfte auf seine Kosten kommen. Es kann aber eben auch passieren, dass man sich ohne es zu wollen in eine erotische Abhängigkeit hinein begibt oder sich in einer Flirtsituation manipulieren lässt, Dinge zu tun, die man eigentlich gar nicht will. Außerdem liegt auch ein Hang zur Eifersucht in der Luft und diese Aspekte halten an bis zum Ende des Monats. Deshalb passt ein bisschen auf bei Leuten, die ihr nicht richtig kennt und zu denen ihr noch kein Vertrauen aufgebaut habt. Und in dieser Zeit kann eben auch dieser Effekt eintreten, dass man bei jemandem auf einmal Neigungen beobachtet oder Geheimnisse entdeckt, die ein wenig erschreckend wirken. Im besten Falle ist eine gute Vertrauensbasis da, dann kann das eine Chance sein, Grenzen zu überwinden oder ein Tabu zu durchbrechen und man fühlt sich hinterher vollständiger oder befreit. Doch wenn ihr bemerkt, dass gewisse Dinge euch überhaupt nicht liegen und ihr euch zu etwas gedrängt fühlt, wenn ihr spürt, dass ihr bestimmte Grenzen gar nicht überschreiten wollt oder euch jemand eifersüchtig überwachen will, dann solltet ihr euch entsprechend davon fernhalten und euch nicht auf Dinge einlassen, die gegen eure Natur gehen, etwa aus Angst, jemanden zu verlieren. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 30. April, haben wir dann den Vollmond auf der Achse Stier-Skorpion. Das ist der sinnlichste Vollmond des ganzen Jahres, denn in den Zeichen Stier und Skorpion geht es um Lust, Erotik und auch um die tiefe seelische Verbindung. Im Idealfall ist es eine Konstellation von Vertrauen, Hingabe und Sinnlichkeit, wo dann auch Platz für Spiele mit Dominanz und Unterwerfung ist. Doch wer sich seiner Sache nicht sicher ist, sollte sein Herz nicht verschenken und auch nicht fesselnde Erotik mit wahrer Liebe verwechseln. Wenn ihr das beachtet, könnt ihr einen sehr sinnlichen Monatsausklang erleben. Dieser Vollmond passt dann auch ganz wunderbar zum Tanz in den Mai. Der Mond steht auch am 30. abends noch im Skorpion und verbindet sich unterwegs mit Jupiter und Neptun, was sehr romantisch ist und auch den spirituellen Gehalt dieses Festes betont. Der Tanz in den Mai geht ja zurück auf das Beltane-Fest, bei dem die Fruchtbarkeit der großen Göttin gefeiert wurde, als Symbol für die Kräfte des Frühlings. Und man feierte, indem man sich ausgiebig der Liebe hingab. Bei uns ist daraus der Tanz in den Mai geworden und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen, denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder Fragen zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturnprobleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen und dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich habe hier eins an, das ist der Steinbock. Und ihr kriegt dann natürlich das zu eurem Zeichen passende. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 Euro und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dafür müsst ihr einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein neues Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.